so ihr abgefickten hurenvögel weiter geht es mit was und geht zur erklärung ich habe hier pause gemacht und hat einfach halt ein zelt gesetzt damit ich hier einfach beim nächsten mal im emulator starten dann weitermachen und das war jetzt halt naja ja wir haben jetzt einen tag später ich habe halt gedacht so oft an einem tag kann ich nicht aufnehmen was war das denn jetzt hier damit habe ich nicht gerechnet dass das abbricht habe ich wirklich nicht noch mal abkommt okay kam jetzt noch mal einer oder war es das ja das war es okay okay heißt ich habe keine zeit heißt ich werde einfach nur hochjumpen das funktioniert doch so wenn ich rechts davon stehe okay das ist klar wir dürfen uns eigentlich nichts passieren jetzt hier ein bisschen eigenartig hält mir egal dann geht das abgeben damit habe ich nicht acht mal zu gesehen dass es abbricht damit habe ich halt irgendwie nicht gerechnet naja was soll man dazu sagen so ein kackspiel ja das willst du wahrscheinlich gehen okay warum auch immer wir jetzt hier vielleicht sollte ich mir die story mal durchlesen aber naja ist ja egal ach man habe ich noch das ist ja irgendwie die perfekte überwaffe in dem spiel ja die perfekte überwaffe in dem spiel das gefühl und wenn er jetzt halt so meine frisse ich ahne böse ist ja genau das meinte ich du siehst halt nicht mal dass der boden unterschiedlich aus also sah schon ein bisschen unterschiedlich aus denke ich mal und sie ist halt im ersten moment nicht so hier kommt irgendwo das fass ja springt wieder nicht rüber naja ist ja egal so will ich da gar nicht runterhangeln naja egal dann ja man sieht okay man sieht doch der boden ist ein bisschen anders und das wieder ein fass ey wie soll ich denn da rüberspringen das ist ja wohl ich bin gleich schon wieder tot ja und das habe ich zu spät gesehen oh mein gott das ding ist ich habe rennen gedrückt aber es passiert halt wieder nix und wir sind schon wieder game over und muss ich spielst du spielst du noch von vorne durch oder naja weißt du was wir sehen uns gleich wieder moment also ich bin ja mal so ehrlich ich habe jetzt einfach den state geladen den ich vor der letzten auch im session die ich dann einfach gemacht hatte und ja das problem ist ich will das eigentlich nicht mit states aber ich werde halt nur jetzt hier am anfang einsetzen weil ich so wenig leben habe aber ich werde ihn halt nicht neuladen in dieser scheiße hier also außer wie gesagt das mit dem leben und so ich werde jetzt samt halt nicht auch man dann hatte vielleicht wenn das was an der linken seite ist welchen seine ehre das ist was kommt wird einfach gar nicht da ist etwas geklappt es muss einfach nur abschätzen das ist doch ein witz einfach nur abschätzen nur in dem warte jetzt aber wo ist da mensch du bist ja der king wirst du glaube ich jetzt ja nicht okay habe ich irgendwie die länge falsch eingeschätzt von dem scheiß alter lebensenergie freue ich immer mittlerweile weiß ich sogar wie ich die aufheben kann wahnsinn ja und hier erhangelt sich doch plötzlich wieder aber das ist ach keine ahnung was wir sehen das Problem ist diesen kaputten boden sehe ich immer ähm ach so warte ich habe einen boomerang stimmt das habe ich vergessen jetzt gibt es auch noch gegner da was das ist doch ein witz ach so ok was ach so mit dem ach das ist dann egal da kann ich jeden knopf drücken das ist so oder so ok alles klar das heißt wir laufen jetzt einfach mal hier ein bisschen ja gut ok das ist jetzt nicht so schwer bisher sieht es zumindest nicht so schwer ja man kann ja relativ gut schwärmen dann damit das einzige problem ist dass ich damit nicht springen kann das heißt wenn jetzt hier mehr als nur gegner kommen dann wird es doch wieder aber wurde ich am anfang auch irgendwas von piraten erzählt wird das ja sogar sinn machen dass da jetzt ganz plötzlich piraten sind naja ach nein das sieht so ranzig aus warte dann funktion am besten schon mal hier wieder wir warten halt eine halbe stunde auf irgendwelche gegner ja einfach das ding ist die unverwundbarkeit zeigt trüge da glaube ich Ich hab keine Ahnung. Mensch, da kannst du sogar noch einen Endgegner geben, wenn ich mir das jetzt gerade angucke, weil ich meine, jetzt haben wir hier wieder eine Waffe, also mal so eine richtige, so nahkampftechnisch und mit... Was soll ich sagen? Also wer weiß, könnte sogar tatsächlich sein... Ach, wir sind ja eingekasselt, in der Wahnsinn. Äh, dass es da noch was gibt, irgendwie so so an Bossfight-technisch, wie auch immer. Oh, Alter, ich kack dir auf die Schuhe, Mann, das gibt's nicht. Ja, drehe ich schneller, Alter, der braucht so lange wie Lara Croft in den alten Playstation-Teilen. Das ist der Wahnsinn. Das ist auch immer zehn Jahre fürs Umdringen gebrauchtet, umstehende. Erst mal hoch, ja, wieder. Oh nein. Ah, nee, wobei kann ich doch bestimmt auch durchschneiden, oder? Bam. Was auch immer mir das gebracht hat, das werden wir jetzt nicht erfahren, weil ich jetzt halt erst hoch bin, aber wahrscheinlich wäre es wieder so eine tödliche Dreckskack-Trap geworden. Mal sehen. Und das hat einfach die Gegner gekillt, aber die Gegner hätte ich auch so killen können, deswegen versteht das jetzt nicht. Naja. Was hier oben? Ach, man kann ja sogar drauf. Okay, ich dachte gerade, ich wollte schon wieder ein Rückzieher machen. Das ist halt, an manchen kannst du vorbei, an manchen nicht. Manchmal gewinnscht, manchmal verlierst du. Das ist Frenen, das Spiel. Ich hab keine Ahnung. Ja, das ist ein Gegner, ey. Boah, der war knapp, schon wieder, ey. Ich hätte ihm schon wieder die Kacke aus seinem Arsch geprügelt, Mann, das gibt's nicht. Diese Piraten sind halt auch nicht, wie soll ich sagen, sehr Kampferfahren. Ja, nein, ja, toll, bete noch zu ihm, dass er dich in Ruhe lässt, ey. Komm. Es ist ja dumm, ey. Also ich mein, das ist ja schön, dass sie noch ein Schwert eingebaut haben, aber das ist halt, wie soll ich sagen, haben wir es jetzt echt für einen Lebensenergie gemacht, die wir eh nicht tragen können, obwohl die Leiste noch reicht für einen vierten, aber es gibt halt wieder keinen. Es ist 3, 2, 1, ein Kackspiel. Vielleicht habe ich das noch nicht oft genug erwähnt. Das ist, was mir Sorgen macht, dass es da oben recht zu weit geht. Das heißt, dass der Screen noch eine Weile geht. Das ist halt nicht gut. Naja. Und wieder rausholen, den Schlepp. Dengel, mit dem ich dich penetriere. Der Arschloch. Ja, was? Was geht's aber los hier? Wie mach ich das jetzt? Das war die Arme, muss der Kommen. Ich behalte ihn jetzt richtig. Vielleicht wäre er auch durchs Feier gestorben, weil ich mich interessant gewesen ist, zu erfahren. Das ist jetzt halt ein bisschen weniger spannend, aber habt's noch ein Leben, das irgendwie. Aha. Lass mich raten, man kann ja auch runterfallen, äh, runterspringen, aber ich lass das jetzt. Ich kann's zwar ordentlich testen, ich hab noch ein Leben, aber ich hab keinen Bock, den Screen hier von mir von vorne anzufangen, auch wenn der nicht schwer ist, aber ist halt Ach, langwierig. Wegen dir. Ja, genau. Ey, wenn man's halt nicht genau schafft, dann ist's schwer. Man könnte natürlich wahrscheinlich auch kiten. Ja. Sowas halt. Dann auch Caitlyn machen hier. Oh Gott, ey, wenn ich jetzt noch sterb. Ich sag euch, ey. Und da kommt schon wieder der Nächste rechts. So, um das Nächste, okay. Wir haben aber am Anfang irgendwas vom Piraten gelabert. Oh, das war knapp, glaub ich. Ich glaub, der hätte fast wieder gebitcht. Oh Gott. Komm her. Wollen wir noch ein paar geben, bitte? Noch einer hier. Ja, komm, du auch noch. Die sammeln eigentlich eher eine Sonnenbrille auf, oder sieht das nur so aus? Ach, das ist doch wahrscheinlich eine Augenklappe darstellen. Ja, das könnte natürlich sein, aber das kann man hier sicherlich nicht besser darstellen, weil es ein Kackspiel ist. Und weiter geht's. Es hört nicht auf, Freunde. Es hört nicht auf. Dit, 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 dit. Und der kraxelt wieder wie ein Roboter. Das ist... Und... Ja. Wir sind zu weit gerannt. So, letztes Leben. Ich sitz in State. Ihr kennt das Prozedere. Problem ist jetzt... Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Ich weiß nur, dass es nicht mehr lange gehen könnte, seit der letzten Aufnahmsession rein theoretisch. Ähm. Aber wenn es halt auch noch eine Weile geht, und dann keine Lebensenergie kommt, und man noch oft durch Hits stirbt, dann wird das halt nicht so cool, weil... Null Leben ist halt... Naja. Letztlich, glaub ich, von selbst. Naja. Warum gehe ich eigentlich in jede Richtung? Es gibt eh nix. Außer vielleicht nur so ein Lebensenergie-Ding. Aber um das Lebensenergie-Ding zu bekommen, den Weg zu schaffen, muss man erstmal wieder 10 Gegner killen. Auf dem Weg ist es dann sehr wahrscheinlich... Ich bleib jetzt nur noch das Schwert, Alter. Ich laufe in jedem Gegner rein, wenn ich ein bisschen schneller laufe. Ich meine, schnell läuft der jetzt halt so ein typische 50 Meter Lauf-Lusche bei den hier und Bundesjugend-Scheiße-Spiele. Bundesjuden-Spiele, ey. So, ich glaube, ganz langsam und lässig. Wir haben ja Zeit. Und, ey, wenn ich sehe, wie viele da unten noch warten, dann kriege ich einen Kotzreiz. Das ist... Und noch einer, komm. Weißt du, das Problem? Das Problem an dem Spiel ist. Ich fand das Prinzip jetzt auch ganz cool mit den Gegnern so eben, gerade noch so, ne? Aber jetzt ist es halt schon wieder so, dass ich mir denke, warum? Weil jetzt habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Weil es wiederholt sich der nächste Gegner. Jeder Gegner ist gleich. Ich meine, ich finde es gut, weil dann ist es nicht so ein von wegen Blind, wir laufen jetzt den Gegner und sterben, weil wir nicht wissen, was der kann, aber... Wie, ey, läuft, ey. Hoffentlich schneidest du dir gleich selber die... Adams-Apfel durch, ey. Du überhaupt sowas hast. Ich meine, männlich kann es ja nicht sein, du Spaß. Wir haben sich alle gleich einen Gegner, als ob derselbe fette Mann, die alle gesprochen hatten im Spiel. Hat hier forschen durch können? Ne, wenigstens nicht. Sie sehen, ja. Ich bin nicht so richtig gemacht. Kann ich das aufsammeln? Tatsächlich. Naja, wie auch immer. Mal gespannt jetzt. Wetten, da kommen wir da hin zum Gegner? Ne, okay. Ich hab's jetzt einfach mal auf Verdacht hin gemacht. Weil das hätte sein können. Naja. 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 Naja, ich muss ja erstmal die Fackle fallen lassen. Naja. Naja. Also, ich hab ihn wirklich mit Wasser vollgesogen. Scheinbar. Okay, gut. Dann machen wir ihn nur kurz mit Wasser voll. Und dann lassen wir's erstmal. Springen, du Spast. Hier hätten wir noch einmal Lebensenergie. Das ist gut. Das bemerken wir uns. Nochmal Lebensenergie. Okay. Das heißt, man kann sich hier nochmal komplett Volllife machen. Wenn man tot war. Das heißt, das bedeutet, glaube ich, nichts Gutes, Freunde. Das heißt, da kommt echt noch was. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Man kann nur drei Stück tragen. Was ist denn ein Kackspiel? Falls wir alle mitgezählt haben. Das sind drei Stück, die da rumliegen. Und du kannst... Du bist bald tot, wenn du... Ach, komm. Wenn da jetzt noch einer drin rumliegt, dann raste ich richtig aus. Einfach nur aus Prinzip. Und? Das kann nicht ausrasten, wenn ich sowas sehe. Einfach, weil ich weiß, das ist dumm. Aber was soll man sagen? Jetzt ist halt... Außer es gibt diesen Verfolgungsendgegner. Ja, der in die ganze Zeit... Okay, jetzt noch mal Wasser. Der in die ganze Zeit verfolgt und was weiß ich. Keine Ahnung. Was mit dir jetzt? Hallo? Achso, gut. Da komm ich gar nicht rauf. Na ja, wie rum. Ach, es geht doch gar nicht raus aus dem Screen. Das heißt, ich muss hier irgendwas machen. Na ja, das ist... Finde ich ziemlich einleuchten, denke ich mal, oder? Da war auch irgendwo eine Tür, die nicht aufging. Äh, beziehungsweise die verschlossen war. Beziehungsweise, was ist die hier? Da sah die auch anders aus. Warte, erstmal gucken. Ach, die sah sogar anders aus, ja. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich die triggere, sondern wahrscheinlich muss ich da wieder gegentreten. Moment. Ah, ne, warte. Es ist... Ich weiß, es macht keinen Sinn. Es ist logisch nicht wirklich, wie soll ich sagen. Aber das Spiel, weißt du halt nie, was da... Du kannst sogar noch weiterschieben. Ich bin ein bisschen... Also ich tippe mal schon, dass es richtig ist, wenn ich den jetzt hier irgendwo hinstelle. So, ungefähr, so. Der knallt dann da schon wieder im Badezimmer rum. Ich weiß nicht, ob man das hört. Oh, drückt doch nicht den falschen... Oh mein Gott, nein! Okay, ich hab noch Wasser gehabt. Wobei, ich brauch ja gar kein Wasser, um das... Warte mal. Ähm, kann ich den auch droppen, ohne das Wasser zu verlieren? Hallo. Oh Gott, die... Ey, die Knöpfe und du weißt halt nicht, was du machen sollst. Es ist... Puh, okay. Okay. Wahrscheinlich... Der hat gar keine Lunte! Doch, da oben. Ah, es klappt. Okay. Alles klar. Wahrscheinlich Endgegner-Tippich, aber ich hab keine Ahnung. TNB. Hallo, Kuppe? Könnte ich auch mit dem reden? Jungen, du weißt schon, dass der TNT läuft. Wie soll das vielleicht... Ach, so das Festgebunden. Das ist der Typ, der wir befreien sollen. Nicht irgendwas machen. Oh! Ja. Klasse. Nein, leck mich am Arsch. Ich hoffe, das ist jetzt nicht verkehrt. Ich hoffe, das kann jetzt nicht explodieren von dir außerhalb. Das heißt, das ist jetzt wohl relativ offensichtlich. Ich hoffe, dass das relativ offensichtlich ist. Ich hab jetzt versucht, mit dem Schwert durchzuschneiden, weil das kann ja alles sein. Wenn du mit einem Boomerang eine Tür aufkriegst, dann ist hier in dem Spiel... Weiß nicht. Hast du keine Ahnung? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Wasser drin hab. Im Normalfall müsste es ja klappen. Ich hab keine Ahnung. Der läuft noch gegen, du Spaß, Alter. Was? Entschuldigung jetzt, Freunde, aber das... Es geht nicht weiter zurück. Das heißt, ich muss jetzt entweder ganz schnell sein, was jetzt grad nicht der Fall ist, weil irgendwie hab ich jetzt ewig geworfen, in die Tür reinzulaufen. Oder ich mach vom C-State nochmal. Aber das mach ich dann aber auch offscreen, weil das ist mir dann zu... Ich will das gar nicht machen. Da hat ja nichts mit offscreen zu tun oder so. Ich hab einfach keinen Bock. Das ist einfach dumm. Wahrscheinlich ist wieder zu der Instant, oder? Was? Was? Hallo? Hallo? Ich kann nix drücken. Das hat Error. Gut, ich mach das nochmal eben. Ich kotze, pisse. Das gibt's nicht, ey. Bis gleich. Wir müssen nicht da sein wieder. Was man festhalten kann, selbst der Emulator macht den Markt des... Es kam natürlich noch einer. Selbst der Emulator mag das Spiel nicht. Wenn da ein Error kommt, wenn ich sterbe in der selben Zeit, wie ich das lösche oder trigger oder wie auch immer. Das sind dann umgangssprachlich Kackspiele. Moment, die letzte Tür war das... Ah, nee, Quatsch, ich muss ja gar nicht in die Tür. Ich muss ja nur... ihn hier schieben wieder. Ey, was soll ich sagen? Beziehungsweise vielleicht ist das auch ein Spiel-Error und dann hat der Emulator das halt so weitergegeben. Ich hab keine Ahnung. Es ist halt so komisch. Was soll ich sagen? Ey, und wie die sich schiebt, die Kanone? Ey, die Räder bewegen sich nicht mal. Er rutscht sie einfach nur über den Holzboden. Du musst doch alles aufschrammen, ey. Das kannst du aber bezahlen, du Spaß. Ich hoffe, das läuft jetzt nicht auf Zeit wieder. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch nur deswegen dann explodiert ist auf Zeit, weil ich schon mal in dem Raum drin war quasi. Weil das Spieler ja sonst das selber rausfinden kann, so wie ich ja quasi. Und dann weiß, ja gut, ich muss den Löffel holen. Ach so. Das hat damit gar nichts zu tun. Hä? Wisst ihr was? Mir ist egal, dass das jetzt... Wieso explodiert denn der, wenn ich... Das ist doch ein Witz. Wenn wir nicht mal Sinn. Dann muss ich von weiter hinten... Das macht ja auch keinen Sinn. Ja, er leckt mich. Was muss ich denn machen? Ich verstehe das jetzt nicht. Es explodiert halt, wenn ich da... Moment, wenn ich weit rechts davon stehe. Dann klappt es aber nicht. Okay, alles klar, ich verstehe es. Nicht, aber ist ja egal. Ich hätte ja echt gehofft, dass ich es in diesem Part fertig kriege, ne? Aber was ich jetzt hier schon wieder sehe, ist alles andere als das. Es explodiert nur. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ist es vielleicht scheiße getriggert und man muss das Wasser aus dem hintersten Raum nehmen? Ich habe keine Ahnung. Ich versuche das jetzt noch. Und wenn das nicht geht, dann... ...probiere ich offscreen oder ich google einfach eigentlich. Ja, was geht denn da? Vielleicht ist das Wasser. Vielleicht, weil sie den Trigger-Punkt... Versteht ihr, was ich meine? Dass sie vergessen, dass sie zwei Wasser haben und haben es nur für das eine programmiert, dass es funktioniert oder so. Oder das Spiel verlangt, dass man schlau ist. Und hier steht irgendwas drauf. Oh, ich glaube, das Spiel hat tatsächlich seinen Sinn. Ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich hier... ...dass das was falsch programmiert ist. Ich glaube, teilweise sogar tatsächlich... ...wern wir es sehen, glaube ich. Das werden wir es sehen. Tatsächlich. Das glaube ich jetzt nicht. Oh mein Gott. Das ist Läster, bla bla. Alter, wie griesig ist der? Der hat aber schon noch einen riesen Pimmel. So. Wir kommen. Ach, dann wird es nach Hause und wir werden jetzt nach Hause... ...geturnt. Na, vor Party natürlich. Ich weiß, die Leute, die mich umbringen wollen, mit denen wir jetzt Party natürlich. Das ist halt wieder... ...verwärter. Ah, das ist doch auch die Fresse, bitte. Hä, aber gibt es jetzt keinen Endgegner mehr oder was? Ich habe doch jetzt extra die Lebensenergie auf... Na, wahrscheinlich kommt jetzt noch was. Ich meine, wenn es da so viel Lebensenergie am Ende gibt, und ich meine, natürlich müsste es einen Endgegner noch geben. Ich meine, das ist, wenn... Was? Ha. Dann Deal, was? Okay, wow. Das ist fertig. Kommt kein Boss mehr. Es gab nur einen Boss, wie ein Kingkong, den man mit einem Boomer rankillt. Warum? Ja, die google ich alle und ich fertig finden und umbringen. Das heißt, ey, ich hoffe... Ich hoffe, er verlässt, er kriegt jetzt einer von diesen Bitches einfach mal... ...damit sich dieses Scheiße für ihn gelohnt hat, ey. Dann hat man ein bisschen schön... ...die Tilly von denen bearbeiten kann, weil das kann aber echt nicht sein, ey. Das ist aber echt nicht wert. Hauptsache, du kommst ja der Scheiß, weil du Arsch. Ich glaube ich nicht, dass ich das für dich irgendwie gelohnt habe. Wenn ich wüsste, was mein Vorspulbutton ist auf der Tastatur. Ich hab den irgendwo draufgelegt. Ist das cool vielleicht? Ah, nee, das ist... Das Rewind. Oh, ich bin so dumm. Ich hatte Vorspulen auf irgendeiner Tastatur. Ich hab mir keine Ahnung, was. Ich kann an die gucken jetzt. Was soll ich zu dem Spiel sagen? Es ist ein... Pfff. Naja, es war ganz lustig in manchen Stellen. Es ist halt unnötig. Manche hat es wahrscheinlich gefreut sehr. Es war auch teilweise lustig. Es ist wahrscheinlich von meinen Momenten, wie ich mich fragt, was das soll, das Spiel, aber... Und ich sag mal, so safe ist, zweieinhalb zweit geht es nicht nötig. Es war nur teilweise an dieser einen Passage, wo die Plattform runterging und man Boomerang den Stein kaputt machen muss. Was ist das für ein Science-Fiction-Drecks-Scheiß-Boomerang gewesen? Ich hab keine Ahnung. Und... Guck mal, wir müssen jetzt mal ein bisschen Wasser gönnen uns hier bei der Scheiße. Naja, und was soll ich... Was soll ich groß sagen? Es ist ein Abfuck. Es ist... Spielt selber. Ich kann euch die ROM gerne geben. Bla, bla. Oh mein Gott. Ja, was ist das für ein LP kommen? Wird keine Ahnung. Ihr könnt, wie gesagt, nochmal was vorschlagen. Das ist eigentlich relativ egal. Voli sei an. Alter, hat das jemand für seine Familie? Alter. Wenn du sein Vater für mich gemacht hätte, dann würde ich aber ganz ehrlich an der Liebe von ihm zweifeln, ob der mich überhaupt irgendwie in irgendeiner Weise als Lebenwesen achtet. Ah, denkst du ein Länges an, Läcki? Was verlässt der Hero? Was? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaub, es gab kein Spiel mehr von dem. Okay, gut. Es gab keins. Das war alles nur ein leeres Versprechen. Okay, alles klar. Vielleicht war der Entwickler ermordet, wo du von dem ersten das Scheißspiel gekauft hast. Fälschungsweise. Fälschlicherweise, wie auch immer man das sagt, ey. Oh Gott. Wie gesagt, ich sag's euch, der kommt im nächsten Smashbutters vor, der Scheißlister. Und als Addon oder so. Und dann wisst ihr, was dieser Satz heißt. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.